Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Disney Dreamlight. Welli, welli, welli. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In diesem Video werden wir für die Mickey und Minnie Dream Snaps abstimmen. Eure Bilder habe ich ja schon auf meinem Discord-Kanal am Sonntag im Stream gesehen. Waren wieder tolle Bilder dabei, Thema getroffen, schön dekoriert, schöne Klamotten. Hat mir sehr gut gefallen. Wenn ich auch mal euer Bild anschauen soll oder bewerten soll oder kritisieren soll, schickt gerne bei mir einen Discord-Kanal rein von Samstag 19 Uhr bis Sonntag 19 Uhr. Gucken wir uns dann sonntags immer um 20 Uhr im Stream an. Beeilt euch aber, es sind immer nur 50 Bilder erlaubt sozusagen, weil sonst zu viele werden. Das schaffe ich dann alles nicht. Und ich möchte ja jedem Bild gerecht werden. Wie gesagt, Discord-Link ist immer in der Kanal- und Videobeschreibung. Für die, die nicht wissen, was Discord ist, ist praktisch einfach ein Forum, wo einfach die Community, also meine Community, sich austauschen kann, auch über andere Themen außer Disney Dreamlight Valley oder die anderen Spiele, die ich irgendwie spiele. Kommt da gerne rein. Folgt auch gerne bei Instagram. Der Link ist auch in der Kanal- und Videobeschreibung. Ich weiß, ich muss da ein bisschen aktiver werden. Ich nehme mir das für nächstes Jahr vor. Ich bin ein alter Mann. Ich mache nicht von allen Sachen Bildern und Videos. Ich bin das nicht gewohnt. Man ist auch ein bisschen faul immer. Also ich versuche immer ein bisschen was zu posten. Noch mal ein Siegerbild, eine Fragerunde. Irgendwie, was ich esse oder sowas. Oder irgendwelche Videos und so weiter. Folgt mir da auch sehr gerne. Würde ich mich sehr freuen. Genau, Micky und Mini-Bilder. Kurzer Disclaimer für alle, die neu zuschauen oder das erste Mal zuschauen. Mir ist natürlich bewusst, die Bilder können immer von Kindern gemacht worden sein. Von Menschen mit Behinderung, von Menschen, die gar keinen Bock haben. Von Menschen, die unkreativ sind. Von Menschen, die gerade vielleicht angefangen haben mit dem Spiel und nicht so viele Möbel oder Gegenstände oder Kleidungsstücke haben. Das ist mir alles bewusst. Trotzdem können diese Menschen auch tolle Bilder machen. Auch wenn man wenig hat. Jeder kann ein tolles Bild machen. Egal wie alt man ist oder was für Einschränkungen man hat. Man kann das trotzdem immer gut hinkriegen. Und ich bewerte immer hart, aber fair, würde ich immer sagen. Und auch immer konstruktiv. Ich sag immer, was man besser machen kann. Ich lobe schöne Sachen. Ich freu mich wirklich immer über schöne Bilder. Manchmal gibt es leider immer Bilder, die sind wirklich teilweise Vollkatastrophen. Nur wirklich am Thema vorbei. Ihr kennt das ja selber. Wir sind auch wirklich immer auf einer Wellenlänge sozusagen. Ab und zu, wie gesagt, gibt's vielleicht auch mal ein D-Abo. Weil ich auch ziemlich, ziemlich ehrlich bin. Und das ertragen vielleicht auch viele Menschen nicht. Dass ich einfach meine Meinung sage. Es ist immer meine subjektive eigene Meinung. Wenn ihr das Bild toll findet, ist das richtig, richtig super. Das möchte ich euch auch gar nicht madig machen. Aber man muss auch meine Meinung akzeptieren. Ich akzeptiere eure Meinung. Das finde ich immer sehr, sehr wichtig im Leben. Wie gesagt, manchmal haue ich auch einen Spruch raus. Ihr kennt das ja. Es ist auch mein Humor. Dream Steps ist auch nicht das Wichtigste auf der Welt, wie gesagt. Aber ich versuche immer wirklich auch Positives zu sagen und Negatives. Und auch Verbesserungsvorschläge, was man einfach besser machen könnte. Ich kann euch auch noch mal gerne mein Bild zeigen, was ich eingereicht habe. Da kriegen wir ja nächste Woche Mittwoch, 15 Uhr, erst wieder die Mondsteine für. Genau, das war jetzt mein Bild. Ich habe mich so praktisch als Mini verkleidet. Habe Miki als Begleiter genommen. Das Haus von Mini im Hintergrund. Hinten ist noch ein bisschen Miki zu sehen. Schön beleuchtet. Ich mag das Bild eigentlich ganz gerne. Ich finde das ganz gut. Genau, wir lesen uns auch das Thema noch mal durch. Zack, ich lese das noch mal durch. Wir wollen das ja genau so auch bewerten. Nein, Träumer vereinigt euch, war es nicht. Das Haus der Maus. Da sieht man es auch schon. Ich finde, da muss das Haus auch drauf sein. Oben sieht man ja zum Beispiel die Wohnung. Ist auch in Ordnung. Ist für mich auch das Haus der Maus. Also eine Miki-Maus-Wohnung, Mini-Wohnung passt auch. Herausforderung des Outfits. Ja, es geht ums Outfit, aber ich bewerte immer alles. Die Deko muss stimmen und die Kleidung muss stimmen. Hol dein Lieblings... Lieblings... Nein, hole deine liebsten Kostümohren hervor. Ohren müssen auf jeden Fall vorhanden sein, wie man hier oben auch sieht. Ohren ist das Mindeste, was man haben muss. Man muss kein Kleid anhaben. Es gibt ja auch diese Jeans mit Miki und Mini drauf. Muss man nicht haben. Ohren müssen aber drauf sein, weil es hier drin steht. Es ist an der Zeit, sich im Stil von Miki und Mini zu verkleiden. Gerne natürlich auch im Stile von Miki und Mini verkleiden. So wie hier oben. Oder wie ich das gemacht habe. Mit dem Mini-Kleid. Ohren oder sich als Miki verkleiden. Oder es gibt ja auch diese Jeans oder Jeansjacke, wo Miki und Mini drauf sind. Ist auch in Ordnung. Man muss halt nur Miki und Mini irgendwie sehen. Richtig cool finde ich es natürlich, wenn man irgendwie noch Miki und Mini auch beide auf dem Bild hat. Finde ich immer geil. Wenn die Häuser drauf sind von außen, das finde ich nochmal schöner. Also die Wohnungsbilder sehen auch teilweise alle gleich aus, muss man sagen. Ich glaube, wir werden viele von diesen Wohnungsbildern sehen, die wir da oben auch auf dem Banner haben. So werden viele, viele Dinge aussehen. Die finde ich halt nie so geil. Also gerne von Außenbildern würde mich sehr freuen. Und Miki und Mini drauf. Oder man ist als Mini verkleidet, hat Miki drauf. Oder man ist als Miki verkleidet, hat Mini drauf. Habe ich das jetzt richtig gesagt? Genau. Dass man praktisch sein Pendant hat. Weil ich finde das öde, wenn man als Mini verkleidet ist und dann Mini auf dem Bild hat. Ich finde, Miki und Mini müssen schon beide zu erkennen sein. Dass einer verkleidet ist und vielleicht eine echte oder so. Oder beide drauf. Wäre natürlich super. Genau. Legen wir los. Abstimmung. 50 Mondsteine holen wir uns. 10 Bilder rein. Gucken wir uns immer an. Let's go. Das Haus der Maus. So. Rissa Sengas. Ja. Outfit passt auf jeden Fall. Da kann man nicht viel sagen, Outfit passt, aber das war's dann letzten Endes auch schon. Pur, finde ich. Ich würde auch keinen tierischen Begleiter drauf nehmen, außer man hat Pluto. Aber kann man machen. Aber mehr als das Outfit ist es leider auch nicht. Das Haus der Maus fehlt. Miki und Mini würden für mich fehlen. Sie hat natürlich das Thema getroffen. Es geht ja um Kleidung. Ja, aber ... Ja, das Thema ist natürlich getroffen. Aber es fehlt mir das Haus der Maus. Es fehlt mir Miki und Mini im Hintergrund. Das ist mir leider zu wenig. Strand, finde ich, passt gar nicht zu Miki und Mini. Also das wäre mir das letzte Gebiet, was wir für Miki und Mini einfallen würden. Neben vielleicht Lichtung oder hier das vergessene Land. Aber Outfit passt so. Aber wo ist der Rest? Ist mir zu uninspirierend. Weil viele denken das, glaube ich, immer. Das reicht immer, wenn die das Outfit anziehen. Das Dreamstep wird gezählt. Das stimmt. Es wird gezählt. Aber wundern sich dann, dass sie nur 300 oder 600 Mondsteine bekommen, weil sie nicht dekoriert haben. Da fehlt Deko. Da fehlt Miki und Minis auch so. Und Mikis Haus oder Miki als Charakter hat man eigentlich relativ am Anfang. Das ist diesmal keine Ausrede. Ich glaube, Mini hat man ein bisschen später. Denn die läuft ja noch als Geist rum. Aber Miki hast du ja praktisch sofort. Also stell doch Miki in den Hintergrund. Ich finde, das ist eigentlich pure Faulheit. Also stell die doch hin und stell das Haus in den Hintergrund. Da hast du schon mal ... Aber so wäre das für mich nix. Das wird auch safe. Lass mich nicht lügen. 300, 600 Mondsteine bekommen. Mehr wird das Bild nicht kriegen. Vielleicht 900. Mit viel Glück. Aber das wäre für mich nix. Das würde mir nicht mal auffallen bei der Abstimmung. Auch 16 zu 9 Format. Rechts, sie hat das schon besser gemacht. Leider hat sie wieder einen Rahmen benutzt. Genau. Aber sie hat das Outfit an. Sie hat leider nicht Miki oder Mini als Begleiter. Schade. Bietet sich doch an. Nehm ihn doch mit. Aber das Zimmer ist in Ordnung. Ist halt Miki-Mini-mäßig. Sie hat für mich auch gewonnen. Schwarzer Rahmen muss nicht unbedingt sein. Obwohl das natürlich zu Miki passt. Ich bin, wie gesagt, kein Rahmen-Fan und kein Filter-Fan. Immer meine Meinung. Ich würde das immer weglassen. Aber das Format ist gut. Ne? Ja, natürlich das hier. So. Genau, guck mal. Hier haben wir es doch schon mal besser. Ja, sie hat sich als Mini verkleidet. Hat Mini mit. Ich hätte mich da mehr gefreut, hätte sie Miki mitgenommen. Da hätte man Mini und Miki gehabt. Würde mir besser gefallen. Cool finde ich mit der Nase. Das finde ich ganz cool. Auch, dass sie weiße Handschuhe an hat, finde ich süß. Dass sie so ein schwarzes Untershirt hat und diese schwarzen Hosen. Die gelben Schuhe. Ja, finde ich cool, dass sie sich wirklich so als Mini-Double verkleidet hat. Bin ich gar nicht drauf gekommen mit der Nase. Stimmt. Stimmt. Eigentlich voll die gute Idee. Outfit super. Zehn von zehn. Alles richtig gemacht. Auch Umgebung. Schön. Ne? Mit diesen Mickey-Maus-Fenstern finde ich cool. Mit dem Mickey-Maus-Teppich. Mit dem Mickey-Maus-Bildern. Mit der Mickey-Maus-Lampe. Weihnachten. Auch schönes Bild. Beleuchtung. Könnte doch einen Tacken besser sein, aber gefällt mir. Ich weiß immer nicht, ob ich Schulnoten sagen soll. Manchmal sage ich es nicht. Jetzt kommt immer darauf an, wie ich Bock habe. Muss ich sagen. Aber wäre für mich auch so zwei Minus-Bereich. So zwei Minus, würde ich so sagen. Zwei, ja, so um den Dreh. Aber Thema getroffen. Haus von innen, das passt. Man sieht keinen schwarzen Rand da, was um die Wohnung ist. Finde ich cool. Genau. Sie hat Mini dabei. Sie hat jetzt nicht so viel Mickey-Sachen an. Sie hat, glaube ich, auch die Mickey-Jeans-Jacke an, Mickey-Shirt. Die Ohren passen. Das sollten wir ja auch machen. Im Stile von Mickey und Mini verkleiden. Mini ist drauf. In die Wohnung ist natürlich immer schwer, zwei Begleiter reinzukriegen. Du kannst ja immer nur einen mitnehmen. Das ist immer ein bisschen schwierig. Außer Mickey ist zufällig im Haus drin. Aber das ist ja ein selbstgemachter Raum. Genau. Zimmer passt auch. Viele Mickey- und Mini-Deko-Sachen. Rechts der Rand gefällt mir nicht, der Schwarze. Ah, der gefällt mir nicht. Seht ihr ganz unten rechts hinter dem Spiegel? Ah, das mag ich leider nicht so. Aber sonst schön beleuchtet. Sie guckt so in den Spiegel rein. Mini sagt, oh, du siehst ja wunderschön aus. Wow, wirklich. Das wird eine super, super Party und ein Teegrenzchen. Ne, aber sonst solides Bild. Aber das links gefällt mir noch besser, muss ich sagen. So. Ja, auch Thema getroffen. Zum Glück. Aber die Themen werden immerhin getroffen. Das freut mich. Das freut mich riesig. Ich weiß, viele haben dieses Kleid an. Ich hab's auch angezogen. Und ich weiß, ich hab weiße Strümpfe angezogen zu diesen hohen Schuhen. Aber ich mag diese hohen Strümpfe, diese weißen Strümpfe lieber als diese schwarzen. Ich finde, zu viel Schwarz sieht immer ein bisschen düster aus. Aber ich weiß, viele wollten aussehen wie Mini oder Mickey. Ne? Outfit passt. Mini ist dabei. Ja, zweimal Mini find ich ein bisschen doof. Ja, die Sonnenbrille hätte ich weggelassen, muss ich sagen. Sie ist mir auch ein bisschen zu dunkel. Da fehlt mir ein bisschen Beleuchtung. Zimmer ist in Ordnung. Bisschen karg. Aber sie hat links so ein bisschen eine Mickey-Ecke. Ja, man könnte es noch schöner dekorieren. Schönere Tapete, mehr an der Wand. Aber ist in Ordnung, das Bild. Finde ich auch so ein Dreierbild ist das für mich. Solide. Solide Thema getroffen. Genau. Sie hat Outfit, anders passt. Mini ist drauf. Aber wo ist Miki oder Minis Haus? Das ist doch das Haus der Maus. Darum geht's doch. Auch wenn's nur Verkleidung ist. Aber, hm, Haus der Maus. Vielleicht ist das ja so klein. Vielleicht hat sie das irgendwo in den Rasen reingestellt. Wie bei Liebling. Ich hab die Kinder geschrumpft, weil Mäuse sind ja so klein in echt. Ich weiß es nicht. Und Selfie-Modus. Und ich find's ein bisschen komisch, dass Mini sich da irgendwie so Spinat aus den Zähnen pult. Seht ihr das? Äh, ich hab da noch Spinat zwischen den Zähnen. Oh, peinlich. Ja, da find ich das linke noch besser, muss ich sagen. Sie hat ein bisschen dekoriert. So, immerhin. Ne? Ne? Leider viele in den Wohnungen. Schade. Man sieht, die Wohnungen sehen halt teilweise immer gleich aus. Ja. Ne? Aber sie hat zum Beispiel Miki mal drauf. Find ich schön. Sie hat in das Outfit passt. Sie lächelt in die Kamera. Zimmer ist in Ordnung. Kann man nicht viel zu sagen. Thema getroffen. Ist völlig in Ordnung. Nein! Jetzt hab ich fürs Rechts abgestimmt. Es tut mir leid. Oh, jetzt hab ich mir das Recht hier gar nicht angeguckt. Schade. Aber hat, glaub ich, auch gepasst halbwegs. Smiley Kate. Genau. Leider kein Mickey und Minnie mitgenommen. Aber sie hat die Ohren drauf. Sie hat Mickey-Maus-Sachen an. Oder Mini-Sachen. Ja, sie hat... Ja, die Wohnung ist jetzt nicht wirklich so im Mickey und Minnie-Style. Ne? Außer hinten diese Mickey-Maus-Figur. Sonst seh ich aber auch nix. Den Teppich noch. Ja, könnte auch mehr gehen. Selfie-Modus mag ich leider nicht. Ja, gerade noch so durchgeschrappt. Aber auch nix Besonderes leider, ne? Genauso wie das Outfit ist auch in Ordnung. Wo ist Mickey und Minnie? Nimm den doch als Begleiter mit. Zimmer ist auch in Ordnung. Sie zeigt auf den Fernseher. Ja, was soll ich da jetzt sehen? Ist halt auch... Man sieht halt eine Ecke vom Zimmer. Ist auch in Ordnung. Aber da gewinnt's doch auch kein Blumentopf mit. Man muss es auch wirklich sagen. Das ist auch so ganz schnell gemacht irgendwie. Ja, ich würd noch das linke nehmen. Thema ist natürlich getroffen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, Outfit passt natürlich. Ich würd die Sonnenbrille weglassen. Also, ich weiß es nicht. Das sieht ganz schlimm aus mit der Sonnenbrille. Auch so böse und arrogant. Unten der schwarze Rand mit dem Aufzug weglassen. Bild näher dran so ein Zimmer. Zimmer auch gar nicht meins. Natürlich Mickey-Maus-Sachen drin ein bisschen. Aber auch lieblos. Betondecke, keine Lampe. Wahrscheinlich wird sie noch nicht so weit sein. Aber es ist halt auch leider nichts. Wie so eine Mäuse-Spionin irgendwie, die jetzt auf ihre Mission wartet. So, ich bin ready. Aber es ist halt auch nix. Auch hier Outfit leider so gar nicht, muss ich sagen. Auch keine Ohren. Keine Ohren ist eigentlich schon raus. Aber er hat Mickey und Minnie drauf. Immerhin. Und der hat in Mickey und Minis Wohnung das gemacht? Oder Haus? Oder ist das sein eigenes dekoriertes? Das erkenne ich leider nie. Das könnte jetzt auch Mickey und Minis Haus sein. Wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Aber er ist halt ganz schrecklich. Auch die Pose mag ich nicht. Ihr kennt das ja. Dieses Dämonische. Ich mag das nicht. Das passt höchstens zu Halloween oder sowas. Oder wenn ich mal irgendwie auf der Toilette sitze nach dem Weihnachtsessen. Dann sehe ich auch so aus. Aber, ja. Ja, aber ich würde ihn noch nehmen. Er hat Mickey und Minnie drauf. Das Zimmer ist mehr Mickey und Minnie lastig. Und er hat noch, ja. Aber er hat leider die Ohren nicht. Aber wir nehmen das tatsächlich noch. Och Mann. Wieder nicht so schöne Bilder. Schade. Er hat echt bessere. Guckt gerne in meinen Discord rein. Minnie ist zumindest da. Outfit ist okay. Ohren sind da. Weihnachtlich. Ja, passt. Format mag ich leider nicht so. Aber ist auch in Ordnung. Hier unten ja ein Sechstel des Bildes ist wieder schwarz. Ist halt blöd. Ich würde immer unten versuchen, die schwarz wegzulassen. Sage ich auch bei jeder Abstimmung. Ist nicht mein Geschmack. Outfit ist süß. Zimmer ist halt auch das 0815-Micky-Maus-Zimmer. Man muss es leider sagen. Ich habe ja auch wirklich bei meinem Video auch erst überlegt. Mache ich da ein Bild drin? Aber ich habe mir schon gedacht, dass 90% der Leute da Bilder drin machen werden. Was super langweilig ist. Macht es von außen. Das wäre echt, ist mein Tipp. Wäre schöner. Und Mickey und Minnie auch wieder nicht dabei. Schade. Nehme ich das linke. Hat alles in den Wohnungen, ne? Schade. Hm. Ja. Was soll ich dazu sagen? Keine Mickey, keine Minnie dabei. Outfit passt. Dekoration ist auch in Ordnung. Aber auch türkise Wand oder grüne Wand würde ich auch nie nehmen. Ja. Auch nichts berauschtes. Outfit passt. Sieht halt super traurig müde aus. Ihr Blick. Auch so richtig unmotiviert. Ein Viertel des Bildes ist wieder schwarz abgehackt. Sieht auch blöd aus. Das Zimmer ist in Ordnung. Die sehen halt alle gleich aus. Obwohl im Discord hatten wir schöne Zimmerbilder. Die sahen ein bisschen schöner dekoriert aus. Mit Zwischenwänden drin. Schön beleuchtet. Auch die Fenster da hinten. Guck mal. Das sind diese... Das sind diese zugerammelten Fenster. Ich weiß nicht, wie lange sie schon spielt, aber... Ja, ich würde noch ihres nehmen. Ausnahmsweise. Auch wenn der so schwarze Rand da rechts fürchterlich ist. Fürchterlich. Ich würde das noch nehmen. Es tut mir sehr leid. Ja, Outfit passt. Aber das war es auch. Kein Mickey und Minnie Haus. Nicht von innen, von außen. Kein Mickey und Minnie als Charakter. Ist halt nur das Outfit. Ist in Ordnung. Aber ich finde immer, diese Bilder vor dem Schloss sind immer das Uninspirierteste, was man reinsenden kann bei Dream Snaps. Das heißt, entweder du hast dein Dwelly nicht dekoriert oder warst du faul, eine Kulisse zu bauen. Aber das finde ich immer das langweiligste und faulste und uninspirierendste. Es tut mir leid. Wäre für mich auch so ein Viererkandidat. Thema getroffen, natürlich. Aber das Haus der Maus, das steht doch ganz... Das ist doch die Überschrift. Das Haus der Maus. Natürlich, man muss sich so ein bisschen so anziehen, aber zumindest das Haus drauf. Mensch, Leute. Ja, Outfit passt auch. Wo ist Mickey und Minnie als Charakter? Das bietet sich doch so an. Nimm doch Mickey und Minnie mit. Das ist das Erste, was ich immer tue. Mach ein Bild im Style von Goofy. Da nehme ich doch Goofy mit. Oder nicht? Also das wäre das Erste, worauf ich kommen würde. Aber sonst Outfit passt. Sie hat die Ohren. Ja. Ne. Deko ist halt auch wieder. Gelsenkirchener, Mickey Maus, Barock. So, weißt du? Ja. Würde ich aber das natürlich noch nehmen. Boah, das sind ja nur Zimmerbilder. Schade. Thema passt. Wohnung ist halt auch sehr traurig. Traurig. Spartanisch eingerichtet. Kameraperspektive von oben mag ich nicht so gerne. Fehlen mir auch Bilder an der Wand. Was macht Simba da? Was macht Simbas Kopf? Es tut mir leid. Was hat das mit Mickey Maus zu tun? Rein gar nichts, ne? Aber Thema treffen die natürlich alle, weil es im Haus ist und die sind so verkleidet. Das ist für mich das Wichtigste. Ja, das ist ganz schön. Mickey und Minnie fehlen leider wieder. Ich weiß nicht warum. Outfit passt aber ganz gut. Das Haus ist schön dekoriert. Mir ein bisschen zu wenig Mickey und Minnie in dem Haus. Wo ist die Dekoration? Außer die Fenster, dass man oben ein bisschen Mickey-Deko hat. Mickey-Teppich. Aber wo ist der Rest? Mickey-Socken so ein bisschen. Ja. Aber natürlich viel, viel schöner als das linke. Auch die Beleuchtung ist schön. Das passt schon. Das hat eine schöne Weihnachtsstimmung, finde ich. Ist auch nicht so viel Spermel. Aber man sieht, es sind alles dieselben Bilder zu 80%. Ja, wie ich in meinem Video gesagt habe, letzte Woche Mittwoch war das, glaube ich. Ne, wann habe ich das Bild gemacht zu Mickey und Minnie? Letzte Woche Mittwoch. Da habe ich gesagt, 90% der Leute oder 80% werden das in diesen Zimmern machen. Was super langweilig ist. So fällt es auch gar nicht auf. Ich würde jetzt das linke zum Beispiel noch nehmen. Da ist auch Mickey drauf, passt. Würde ich das nehmen. Auch hier Schreck, mein Gott. Der sieht ja aus, als ob er gerade vom Rave kommt. Oder irgendwie aus so einem SM-Club mit seinem Halsband. Mit dieser Kette. Meine Güte. Oder mit den Handschuhen. Als ob er irgendwie so ein Frauenarzt wäre. Von so einer gynäkologischen Untersuchung. Ja, auch Mickey und Minnie nicht drauf Zimmer passt. Ich weiß nicht, was der Schneemann da macht. Ist auch ganz schlimm. Ich weiß nicht. Da wird mir sogar leicht. Ich weiß nicht. Ich weiß. Mir wird auch leicht schlecht bei dem Bild. Wie er aussieht. Ich weiß auch nicht. Es tut mir wirklich leid. Auch hier. Outfit passt. Das ist völlig in Ordnung. Man muss nicht das Mini-Kleid haben. Aber was hat das mit Mickey und Minnie der Raum zu tun? Das ist Bellum Bees Zimmer. Also. Ich kann leider auch nicht nicht dafür abstimmen. Weil sie hat zumindest das Outfit an. Und es geht ja primär ums Outfit. Darum. Sie hat das Thema schon getroffen. Auch dieses Format mag ich nicht. Aber Outfit passt wohl. Mickey und Minnie fehlt wieder. Zimmer ist 0815. Haben wir jetzt schon 20 Mal gefühlt gesehen. Ja, sie hat es mal draußen gemacht. Breitbildformat wäre cool. Aber das Outfit ist schön. Minis Haus ist hinten. Donald würde ich weglassen. Donald passt nicht zum Thema. Mickey und Minnie sind gefragt. Aber Minnie ist drauf. Ist ein bisschen schön dekoriert. Ja, gut beleuchtet. Aber der Ausschnitt. Warum so? Mach so. Damit man mehr sieht. Das wird nie ein Gewinnerbild werden. So. Ja. Ich weiß es auch nicht. Auch ohne Arroganz zu klingen. Ich bin mein Bild wirklich besser. Guckt euch das mal im Gegensatz dazu an. Jetzt mal Realtalk. Also wenn das jetzt ein fremdes Bild wäre. Ich würde das rechte klicken. Als das linke. Sie hat auch Minis Haus drauf. Aber es fehlt doch alles. Auch das Format. 16 zu 9. Viel cooler. Mickey und Minnie. Muss drauf sein. Das Outfit finde ich auch schöner. Muss ich sagen. Das ist geil beleuchtet. Ich will mich auch nicht immer selber loben. Aber ich finde mein Bild. Ich finde das besser als das. Auch besser als das Rechte. Ich verstehe nicht, warum die Leute das nicht so machen. Also hä? Ich finde. Oder? Also schreibt es gerne in den Kommentaren. Schreibt auch gerne, wenn euer Bild dabei ist. Was ihr davon haltet. Aber auch hier wieder. Sie hat natürlich das Haus auf Thema getroffen. Haus der Maus. Ist auch schwach beleuchtet leider. Sie hat zum Beispiel gar nicht das Haus der Maus. Sie hat Cherie Mi. Und das ist eine Ratte. Die zähle ich jetzt nicht als Maus. Aber Outfit sieht gut aus. Ja. Aber ich würde noch eher ihren Ears nehmen. Sie hat Minis Haus drauf. Auch hier. Ja, Outfit. Sie hat Ohren. Mickey und Minnie ist hinten das Haus drauf. Mickey und Minnie fehlen wieder. Mir ein bisschen zu dunkel. Uhr verstehe ich leider auch nicht. Ich habe zum Beispiel extra jeden tierischen Begleiter weggemacht. Weil für mich keiner zu Mickey und Minnie wirklich passen tut. Sozusagen. Ja, sie hat zumindest Mini drauf. Outfit ist in Ordnung. Selfie-Modus mag ich nicht. Aber gut beleuchtet. Die Möbel sind in Ordnung. Nehmen wir. Komm. Ein geiles Bild wäre mal cool. Auch hier wieder die typischen Zimmer. Selfie-Modus. Mickey ist drauf. Outfit passt. Zimmer passt. Ja. Ist Thema getroffen. Outfit passt. Sonnenbrille auf. Warum auch immer. Verstehe ich nicht. Zimmer ist auch in Ordnung. Sieht halt aus wie immer. Aber sie hat zumindest noch Mickey drauf. Er ist komplett dran vorbei. Er ist halt wirklich sechs für mich. Thema nicht getroffen. Goofy-Mütze auf. Goofy-Mütze. Donald als Bild. Es war nichts von Goofy und Donald die Rede. Kein Mickey-Maus drauf. Kein Mini-Maus drauf. Keine Häuser von Mickey und Minnie drauf. Kein Outfit im Mickey und Minnie. Style sechs. Komplett raus. Er hat zumindest noch ein Mickey und Minnie-Zimmer in dem Style. Er hat die Jeansjacke an. Er hat die Ohren drauf, die man kaum sieht. Und da beschweren sich die Leute immer. Ich kriege ja immer oft gesagt, es geht aber ums Outfit. Ja. Aber wo ist hier das Outfit? Man sieht ja nicht mal ein Outfit. Der macht ein Selfie vom Oberkörper. Du siehst die Ohren nicht und die Hose nicht. Da macht doch auch ein Bild von einem Outfit zumindest. Oder? Ey, da seid ihr auch meiner Meinung. Das gibt's doch nicht. Also, aber wir nehmen doch Dragon Accolade 2. Ey, komm. Oh, ich bin wieder ein bisschen erschüttert, muss ich sagen. Und gelangweilt auch irgendwie. Ja, Outfit passt. Mickey und Minnie ist drauf. Immerhin, immerhin. Minnie ist zumindest drauf. Ein Charakter. Dankeschön. Danke, danke, danke. Mickey und Minnie sind drauf als Häuser. Aber auch das Grün. Viel zu leer. Mach ein paar Blumen hin. Stell ein bisschen was hin. Man weiß natürlich nicht, wie weit die Menschen sind. Stell zu müssen Fass ihm wieder hin. Ne? So. Auch den Zaun. Warum steht der Zaun auf dem Weg? Mach den Zaun doch bitte an den Rand oder über den Rand, dass er auf dem Grün steht. Oh, ganz schlimm, finde ich das. Mach den Zaun ein bisschen auf den Rasen. Buh. Weiß ich nicht. Das ist, oh. Vielleicht bin ich auch zu kleinlich oder sowas, aber ich finde sowas immer ganz schlimm. Ich finde, das sieht man doch. Ein Zaun gehört doch nicht auf den Weg. Ein Zaun gehört doch an den Rand des Weges zumindest. Also, aber sonst wird mir das Thema getroffen. Ja, wieder im Zimmer oben mit der hässlichen, geklinkerten Decke. Aber Outfit passt, Zimmer passt rechts wieder. Ja, ein Fünftel des Bildes ist wieder schwarz. Vielleicht soll es Mickys und Minis Hautfarbe darstellen. Dann passt es wieder zum Thema. Oder Fell. Ich weiß gar nicht, was sie haben. Haben eine Mickey und Minnie Haut oder Fell? Schreibt es in die Kommentare. Aber ich will auch nicht immer so toxisch sein. Ich würde mich so über gute Bilder freuen. Aber es ist alles so. Ja, ich würde noch links das nehmen. Ja. Ja. Auch hier, ja, Minnie ist drauf. Minis Haus ist drauf. Warum regnet es? Warum ist Elsa drauf? Was hat Elsa mit Mickey und Minnie zu tun? Outfit. Ja, ich sehe nur ein Drittel des Outfits. Wo ist der Rest? Sie hat natürlich das Minikleid an. Sie macht wieder zwischen den Zähnen, pulst sie wieder irgendwie rum. Ja, passt auch alles. Mickey ist drauf. Aber Beleuchtung ist nicht so geil. Kameraperspektive mag ich nicht so gerne. Aber natürlich eher. Er hat zumindest ein bisschen Deko. Vieles in den Räumen. Das sieht alles gleich aus. Oh, das ist so uninspiriert und so langweilig. Weißt du? Ich meine, ich habe für mein Bild auch wirklich nur eine Viertelstunde gebraucht. Meinst du es auch nicht besonders? Ich habe ein Bild vom Haus gemacht. Aber ich finde, das hat mehr Wirkung als irgendwie so ein Bild in dem Zimmer. Oder macht das Zimmer geil. Mach es interessant mit cooler Fensterbeleuchtung. Wo Licht reinstrahlt. Mach so Zwischenwände rein. Zwischenregale. Bring deinen eigenen Touch rein. So wie die Weihnachtszimmer fand ich ganz schön. Aber siehst, in dem Outfit, Mickey ist drauf. Oh, Junge, ich bin immer wieder auf dem Bild drauf. Wunderbar. Aber Zimmer ist halt auch in Ordnung. Hier wieder rechts unten diese schwarze Ecke. Aber das finde ich mal schöner beleuchtet irgendwie. Auch mit dem Aquarium drin. Das ist ein bisschen interessanter gestaltet. Mini ist dabei. Ja. Ich würde tatsächlich noch das nehmen. Obwohl diese schwarze Ecke drauf ist. Ja, guck mal. So stelle ich es mir ungefähr vor. Leider dunkel. Ich würde es den Hellen nochmal machen. Hell ist immer schöner. Aber Outfit ist schön. Auch mal ein bisschen was anderes. Nicht nur das Mini-Kleid. Sondern auch mal irgendwie eine Jacke drüber und sowas. Mini ist drauf. Mickey und Minis Haus ist drauf. Die sind schön dekoriert. Du hast Blumen. Du hast nicht einfach nur eine grüne, platte Fläche, wo nichts ist. Das, was dekoriert mit Liebe. Der Vogel. Meinetwegen. Ja, kann man machen. Ist in Ordnung. Gerne das nochmal in Hell alles. So. Vielleicht noch ein bisschen Bäume mehr in den Hintergrund. Aber das ist schon mal eines der besseren Bilder. Das wäre für mich schon mal so ein Zweierbild. Hier hat es zumindest Mickey drauf. Sie sieht süß aus, finde ich. Ja, das Format wieder zu klein. Rahmen muss man nicht haben. Filter würde ich auch weglassen. Ist immer mein eigener Geschmack. Blumen sind cool. Aber Mickey und Minnie wieder nicht drauf. Vergessen ist drauf. Warum das vergessen? Hat sie vergessen, Mickey und Minnie drauf zu tun? Aber save das linke. Das ist schön, Desert Cat. Das ist schön. Hier ist auch Thema völlig verfehlt. Goofy-Mütze auf. Magnum-Gedächtnis-Schnurrbart. Hangover-Brille. Hinten ist irgendwie Donald Duck, der sich mit Scar streitet. Dann ist Vanello Petra vor dem Brunnen. Super langweilig. Komplett an Thema vorbei. Sechs. Hier auch wieder Selfie-Modus. Mini ist zumindest drauf. Und zumindest ein bisschen Mickey und Minnie dekoriert. Ist in Ordnung. Ja, nehme das halt noch. Aber... Ja, ich gehe noch mal ein bisschen im Schnelldurchlauf durch. Ja, ich würde das nehmen. Da zumindest noch Mickey drauf. Das würde ich nehmen. Aber ja, das rechts ist auch, finde ich, ein bisschen besser hier. Ja, zumindest ein bisschen Sonnenuntergang. Mickey und Minis Häuser drauf. Mini, ne? Das ist auch, das ist auch... Warum Vanellopes Haus? Warum? Es ist doch das Haus der Maus. Es ist doch das Haus der Maus. Und wenn sie Vanellope hat, wird sie ja wohl auch das Haus der Maus haben. Ne? Sieht halt auch wieder aus wie so eine Studentin in den O-Wochen, wo nur gesoffen wird. Und die hat ihm die Mickey-Maus-Ohren auf der Straße gefunden, neben der Mülltonne. Und hi, an meine Insta-Follower. Ja, ist halt... Ne, 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 ne. Aber leider immer dasselbe, ja. Zwei, drei Bilder waren ganz gut, würde ich sagen. Vor allem die von Mickey und Minis Haus fand ich ganz schön. Vieles halt in dieser Wohnung von Mickey und Minis. Entweder in der Selbstgestalteten oder bei Mickey und Minis zu Hause, keine Ahnung. Ich glaube, das waren schon Selbstgestaltete. Oft Mickey und Minis vergessen. Teilweise auch die Ohren sogar vergessen. Goofy-Mütze auf. Die falschen Begleiter. Was macht das vergessen? Ska und Donald da. Sorry, ich bin schon wieder ein bisschen gereizt. Ich will das eigentlich gar nicht sein. Darum gucke ich mir auch immer gerne eure Discord-Bilder an. Ja, also schickt die, ähm... Schickt die Bilder zum aktuellen Thema gerne in meinem Discord ab Samstag, 19 Uhr. Ich will was Schönes sehen. Schreibt gerne eure Erfahrungen bei der Abstimmung rein. Es tut mir auch wirklich leid, ey. Oh. Aber sowas regt mich halt ein bisschen auf. Wenn das irgendwie nicht so... Weiß ich nicht. Mann. Es gehört doch gar nicht viel dazu. Weißt du? Schade. Schade. Manches wirkt halt wirklich so hingeklatscht. Vielleicht ist es auch nicht... Vielleicht, man weiß es ja auch nicht. Bei manchen Bildern geben sich ja viele auch sehr, sehr viel Mühe. Man sieht es halt nur nicht, ne? Aber warum machst du denn in dem Zimmer Bild? Das machen doch alle. So sticht man doch nicht raus. Und dann beschwert man sich am Ende, dass man wenig Mondsteine bekommt. Ne? Und Mondsteine... Und, äh... Dream Snaps ist ja nicht nur Glückssache. Viele sagen ja immer, das wäre nur pures Glück. Es ist auch ein bisschen... Ein bisschen Könnel ist schon dabei. Das siehst du ja auch bei den Siegerbildern. Da sind ja... Die Top Ten sind ja wirklich nur schöne Bilder. Die treffen nicht immer meinen Geschmack. Das nicht immer. Aber man sieht, für diese Bilder wurde oft abgestimmt, weil sie gut aussehen. Ja, natürlich ist aber auch immer ein bisschen Glück dabei. Neben wem du stehst, wie oft du angezeigt wirst. Natürlich. Aber es ist auch ein bisschen Geschick und Design können muss auch... Zählt auch mit rein, auf jeden Fall. Aber, ey. Es tut mir wirklich leid. Aber da waren wieder ganz doofe Bilder dabei. Aber auch ein paar okaye. Ja, ne? Aber guckt euch mal eure Bilder an im Discord. Schöne Bilder. Wirklich. Wirklich, wirklich, wirklich. Alles klar, Leute. Boah, erstmal wieder runterkommen. War leider wieder... Ich bin sehr, sehr unzufrieden leider wieder. Aber das Schlimmste war bisher noch Bösewicht-Abstimmung. Das war das fürchterlichste. Das war ganz, ganz schlimm. Aber, ne? Wo sind die Inspirationen? Wo sind die, die Bock haben, geile Bilder zu machen? Wo sind diese Leute? Man sieht ja oft diese Bilder. Aber ich sehe die nie in den Abstimmungen leider. Ganz, ganz, ganz selten. Ne? Wo ist das? Das ist so schade irgendwie. Und das Spiel bietet ja auch so viel. Tolle Bilder zu machen. Aber ich sehe teilweise einfach keine Mühe. Ich sehe nur lieblos hingeklatschte Sachen. Ne? Wenn man natürlich jetzt sechs oder sieben ist, ist in Ordnung, natürlich. Da kann man vielleicht noch nicht so den Blick dafür haben. Oder weißt du nicht richtig, wie es geht oder so. Das kann ich voll verstehen. Das weiß man natürlich nie, ne? Aber trotzdem muss ich ja die Schlechten mit den guten Bildern vergleichen. Man muss sich ja gegenüberstellen. Okay, genug gequatscht. Lasst gerne ab und like da, wenn euch das Video trotzdem gefallen hat. Danke, danke, Dankeschön. Seid mir nicht böse, dass ich da irgendwie mich oft aufrege. Aber, ach Mann. Schade. Und ich sehe gerne einfach schöne Bilder. Ich verteile auch gerne Einsen und Zweien. Aber das meiste ist halt wirklich höchstens eine Drei. Wenn überhaupt teilweise bei den Bildern, ne? Und ich bewerte sogar noch wohlwollend. Muss ich echt sagen, ne? Aber ihr seht es ja auch genauso wie ich. Alles klar, Leute. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Oder streamen wir dann hoffentlich bei besteren Bildern. Und bis dahin. Ciao, ciao.